Was bringt der Tag noch? Wir berichten natürlich über Trump, der angekündigt hat, den nationalen Notstand auszurufen. Und wir berichten über die Münchner Sicherheitskonferenz, über der über die Rolle Deutschlands und Europas nach dem Ende des INF-Vertrags gesprochen wird. Und wir berichten aus dem Bundestag, wo über die Sozialgesetzgebungen diskutiert wurde. Das alles und mehr um 23 Uhr in der Phoenix-Sendung der Tag.